Willkommen zurück zum Kanal von Black Crystal OP. Ja, ich habe jetzt knapp eineinhalb Wochen leider nichts aufgenommen. Heute ist Montag, der 9.04. Und ich konnte es leider höchstens halb ankündigen. Deswegen kurz eine Entschuldigung. Warum habe ich nichts aufgenommen? Die letzten Folgen waren ja am Donnerstag vor, wie gesagt, knapp eineinhalb Wochen. Ich habe da in die Kommentare schon geschrieben, dass ich am Wochenende Besuch habe und dass es dann ein Part schwierig werden würde. Das heißt, ich habe das halbwegs angekündigt. Aber warum habe ich danach nichts aufgenommen? Weil ich letzte Woche oder mehr doch Anfang letzter Woche sowas wie einen psychischen Kollaps hatte. Mit verschiedenen Depressionen, mit verschiedenen Selbstzweifeln, mit sonst etwas. Und deswegen, wenn man ganz ehrlich ist, nicht in der Lage war, Parts aufzunehmen. Ich hätte es gern gemacht, aber ich war einfach nicht in der Lage. Und deswegen tut mir leid. Ich weiß, das ist weder eine gute Begründung noch eine gute Entschuldigung. Aber ich wollte euch nicht anlügen. Und ich will nicht, dass ihr einen falschen Eindruck als meine Community kriegt. Heute kommen natürlich vier Parts. Vier Folgen. Natürlich Dark. Natürlich Pirate. Dann der Mittelerde Fight Club von der letzten Woche. Und ein neues Let's Play, weil das Turb ja beendet ist. Das neue Let's Play habe ich jetzt gerade in der Aufnahme drin. Es hat leider vorher einige Zickereien gegeben. Ich habe jetzt schon einige Versuche für die Aufnahme gehabt. Deswegen bin ich ein bisschen angesäuert. Ich hoffe, es merkt man nicht zu sehr. Ja. Was kann ich über das neue Spiel sagen? Es ist ein Telltale Game. Also es läuft ähnlich wie schon die Let's Plays von The Walking Dead oder von Jurassic Park The Game. Das bedeutet ein Point-and-Click-Spiel mit vielen Gesprächen, mit vielen Entscheidungen, mit sehr leichtem Sterben. Es ist ein Spiel, das Spiel heißt Game of Thrones. Und ja, ich meine es so, wie ich es sage. Es hat mit der Fernsehserie Game of Thrones zu tun. Ich wollte, ich habe das Spiel vor kurzem gesehen. Ich wollte es mir unbedingt kaufen, wollte es unbedingt Let's Playen. Und habe es eben auch getestet. Theoretisch müsste die Aufnahme gehen, aber wie gesagt, es gab vorher einige Probleme. Ich hoffe, jetzt klappt es. Was kann ich über das Spiel noch sagen? Erstens, es ist erst ab 18 Jahren Frage gegeben. Das heißt, Leute unter 18 schauen das Let's Play bitte nicht. Man kennt ja die Fernsehserie. Man weiß, da gibt es ein paar unschöne Szenen. Oder was heißt unschöne? Ich nenne es heftige Szenen drin. Ich nehme mal an, beim Spiel wird es nicht anders sein. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es noch mal angespielt. Deswegen weiß ich nicht mit Sicherheit. Aber bitte Leute unter 18 nicht anschauen. Das zweite ist, es ist komplett auf Englisch. Mit englischen Untertiteln. Ich hatte gehofft, es wären deutsche Untertitel, aber es sind englische. Ich werde natürlich versuchen zu übersetzen, aber eben nicht dauerhaft, weil es eben viele Gespräche sind. Das heißt, es wäre nicht schlecht, Englisch zu können. Auch wenn ich versuche, es möglichst gut für Leute zu machen, die vielleicht kein Englisch können. Ich meine nur, es wäre nicht verkehrt. Das dritte ist, es wäre auch nicht verkehrt, ein bisschen Erfahrung mit der Serie Game of Thrones zu haben, weil es spielt parallel zur Handlung. Meines Wissens zwischen den Staffeln 3 und 5. Ich weiß es, wie gesagt, nicht mit Sicherheit. Das habe ich gelesen. Und ja, was ist die Situation? Wir spielen verschiedene Figuren. Vom Hause Forrester. Das ist ein Haus weit im Norden von Westeros. Ein Versalter Starks. Und ja, wir spielen einfach verschiedene Leute dieses Haushalts, auch teilweise Diener, und wollen natürlich verhindern, dass das Haus untergeht, aufgrund der Handlung. Aber ich kenne natürlich jetzt den Anfang. Ich werde aber nicht spoilern. Also sagen wir einfach mal so, die Situation ist ziemlich beschissen. Und wir hoffen einfach, dass wir die Situation in verschiedenen Figuren möglichst weit verbessern können. Genau. Dann wollen wir starten. Ich habe das Spiel natürlich schon gestartet. Jetzt müsste man es sehen. Genau. Ich hoffe, dass es jetzt nicht spinnt. Vorher hat es nämlich gesponnen. Es sind insgesamt sechs Episoden. Und wir werden die Episoden nach und nach machen. Hier sehen wir jetzt gerade ein paar Figuren, die wir spielen werden. Männer und Frauen. Und genau. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht so viel sagen. Sondern wir schauen einfach, dass wir starten. Okay. Und wir starten natürlich mit Episode 1. Hier haben wir ein schönes Zitat von Tyrion Lannister, vom Gnomen, vom Imp. Der Northerness will never forget. Also die Nordländer werden niemals vergessen. Ja, wir wissen ja. Wir starten wie gesagt ungefähr bei Staffel 3. Das heißt, wir wissen, es ist der Krieg von den fünf Königen. Wir wissen, Robb Stark, der King in the North. Also der König des Nordens zieht gegen die Lannisters. Wegen seinem Vater, wegen seinen Geschwistern. Und wir als Starkler, das werden ihm natürlich folgen. Aber ich weiß nicht, wie weit es geht. Ich glaube, wir folgen ihm nicht lange. Aber mal schauen. Wir beginnen einfach mal die erste Episode. Jetzt geht es hoffentlich. Gut. Gerade eben ist es nämlich da abgeschmiert. Ich hoffe, das wird jetzt nicht mehr passieren. Okay. Ja, die Game-Serie handelt nach unseren Entscheidungen. Und die Story ist jeweils unterschiedlich, je nachdem, wie wir spielen. Für tausende von Jahren war House Forrester ein loyaler Bannerman of House Stark. Also ein loyaler Anhänger. In den dunkelsten Bereichen des Wolfwoods des Wolfwaldes haben sie ihre seltenen Eisenholzbäume. Und nun sendet der Norden... Okay, ich konnte es gar nicht fertig lesen. Sorry. Sorry, ich mache kurz auf Pause. In Pause werde ich übrigens in dem Spiel sehr oft gehen. Ich weiß, dass es einige nervt. Ich hoffe, es hält sich im Rahmen. Warum gehe ich oft in Pause in diesem Spiel? Ganz einfach. Wir haben viele Gespräche. Und bei den Gesprächen... Wir wissen von The Walking Dead, es ist immer eine begrenzte Zeit zum Antworten. Und ich habe gemerkt, bei Game of Thrones ist die Zeit sehr, sehr arg begrenzt. Und da man weiß, jede falsche Entscheidung, jede falsche Satz kann den Tod bedeuten, wenn man die Serie kennt, werde ich versuchen, mir möglichst die besten Antworten zu nehmen. Und deswegen wird es oft Pause sein. Sorry, ich werde es versuchen einzugrenzen, aber... Ja. Das solltet ihr sicher sein. Also da ich es jetzt gar nicht fertig übersetzen sollte, sage ich es mal so. Also wir wissen, Robb Stark, der König im Norden, hat seine ganzen loyalen Versallen, unter anderem eben auch unser House Forrester, unter sich versammelt, um gegen die Lannisters zu kämpfen. Da sitzt ja im Moment Joffrey Barraffian auf dem Thron, der aber eigentlich kein Barraffian ist, wie man aus der Serie weiß. Könnte man jetzt Spoiler nennen, aber man weiß es halt. Er ist ja eigentlich ein Nachkommanantist von der Königin Cersei Lannister und ihrem Bruder. Genau, sie hatten ja Lord Eddard Stark gefangen genommen als angeblichen Verräter und auch hingerichtet. Und wegen der Hinrichtung ist jetzt sein Sohn Robb Stark, ist der älteste Sohn, ist eben im Krieg. Und genau, wir starten wie gesagt bei ungefähr bei der dritten Staffel. Das heißt, Leute, die die Serie kennen, wissen es, der Feldzug dauert nicht mehr lang. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, wir fangen einfach mal an. Kurz Pause. Ihr seht schon, das meine ich eben, es ist englisch, aber mit halt englischem Untertitel. Kurz Pause, warum? Das ist unsere erste Figur, die wir spielen, Gerard Tuttle. Squire to Lord Forrester, also ein Knappe. Das ist zum Beispiel einer der Diener, den ich erwähnte. Gerard Wirtz. Also alle Figuren, die wir spielen, sind wichtig. Ja, natürlich auch. Brought to his knees by the men of the north. And set free by the women. You think he done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Und das wird unsere erste Aufgabe. Wir säubern das Wert von unserem Herrn Lord Forrester. Es ist ein sehr schönes, ein sehr schöner Zweihändler. Sieht man schon. Ich finde ihn zumindest cool. Genau, wir nehmen ihn einfach. Und, yes. Jetzt säubern wir ihn. Ist kein Problem. Und da wird es das Erste. Wir haben... Ja, wir sehen eben unten am unteren Bildschirmrand. Ich gehe jetzt das erste Mal in die Pause oder das erste Mal im Gespräch in die Pause. Wir sehen eben am unteren Bildschirmrand. Die Zeit, die geht relativ schnell rum. Wir wissen, wir haben verschiedene Antwortmöglichkeiten. Jetzt zum Beispiel unser... Ich nehme an, das ist ein Knappe. Ne, es ist ein Knappe. Das weiß ich ja noch. Er sagt zu uns, wir werden niemals entsperrt haben, weil... Ja. Wir sind nur ein Knappe. Und wir könnten jetzt einfach verschiedene Sachen sagen. Hier zum Beispiel Why not? Also warum nicht? Oder I will, you will see. Also ich werde. Das wirst du auch erleben. Oder don't be an ernst. Also sei kein Arschloch. Oder das vierte, der Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre Schweigen. Genau. Während den Gesprächen werde ich halt versuchen, immer die Antworten, die ich nehme, dann ins Deutsche zu übersetzen. Aber ich werde halt nicht die ganzen Gespräche übersetzen, weil das ist zu viel. Und ich will auch nicht in jeder Sekunde die Pause finden. Ich werde. Du wirst sehen. Er glaubt uns nicht. Ja, da geht es jetzt gerade darum, dass eben er den Kingslayer gefangen hat. Also Jamie Lannister und die anderen glauben ihm nicht. Und auch der Knappe glaubt ihm nichts. Okay. Du denkst, er lügt? Du denkst, er lügt? Norrn never lets the truth stand in the way of a good story. Du hast den Kingslayer capturiert. Ah. Ich hatte eine Hand in den. Nein. Ich hatte eine Hand um seinen Ankel als zehn anderen ihn runtergezogen hat. Ich habe ihn verletzt. Was ich erzähle dir? Ich habe ihn zu seinem Knie gebracht. Lord Forrester. Das ist Lord Forrester, unser Herr. Ein sehr edler Mann. Das ist Lord Forrester, unser Herr. Ich habe ihn zu Hause. Geh auf. Okay, jetzt wäre als nächstes, dass wir ihm Wein bringen, unseren Herren. Er hat gerade eben von wegen Ja, ihr unterschätzt. Also ihr achtet seine Ehre nicht, weil er einer der treuesten Anhänger von ihm ist. Lord Forrester ist allgemein ein sehr edler Mann. Aber man weiß ja, Ehre ist bei Game of Thrones leider nicht hoch angesehen und wird schnell mal bezahlt. Ja, von dir nehme ich keine Befehle an. Ich nehme keine Befehle an. Ich nehme keine Befehle an. Nein, aber ich nehme keine Befehle an. Du Idiot, du bist sein Schuier. Jetzt fett ihm ein bisschen Wein. Ja, von ihm nehme ich Befehle an, aber nicht von dir, Knappe. Danke, Garrett. Ich mache es. Und er will es selber machen. Ja, sie reden gerade, Ich trinke gerne Beine. Und jetzt gehe ich nochmal in Pause. Ich weiß schon, es ist nervig. Sorry. Ja, wir sind die Vorhut beim morgigen Ansturm auf Casterly Rock für den Young Wolf. Der junge Wolf ist ja ein Beiname von Rob Stark von eben dem King in the North. Und ja, wir können jetzt verschiedene Sachen sagen. Wir haben einmal The North Remembers. Das sind alles drei Wahlsprüche. Wir wissen, wer die Serie guckt, weiß es. Jedes Haus hat bestimmte Wahlsprüche. Winter is coming ist zum Beispiel der Wahlspruch der Starks. The North Remembers ist auch ein Wahlspruch, aber da muss ich jetzt zugeben, ich weiß nicht, von welchem Haus. Und Iron from Ice ist der Wahlspruch von Haus Forrester. Also Eisen aus Eis. Ich finde den Wahlspruch sehr cool. Ich nehme jetzt auch Iron from Ice. erst mal trinken. Und dann sollen wir mit unserem Herrn mitgehen. Okay, wir sollen für unseren Herrn nach Roderick Ausschau halten. Das ist der älteste Sohn. Insgesamt hat das Haus Forrester ich glaube fünf Kinder. Nein, mehr. Mehr. Also es gibt auf jeden Fall vier Söhne und ich glaube zwei Töchter. Also es ist kein kleines Haus. Und ja, er sagt gerade, er muss auch schauen, was wir für uns machen können. Weil wir sind ja schon anscheinend eine Weile knappe mit uns, mein Herr. Wir dienen also schon eine Weile. Und er fragt uns, wie er uns unsere Loyalität entlohnen kann. Was können wir denn machen? Wir suchen nichts. Wir wollen das Haus ehren oder wir wollen kämpfen. zu honorern das Nobelhaus. Und morgen werden wir... Oh, wir wurden gerade befördert. Morgen werden wir in der Vorhut mitreiten mit Roderick. Nicht mehr als Knappe, sondern als Soldat. Ich bin nicht länger ein Knappe. Und er will, dass wir es für uns behalten. Und jetzt sollen wir Roderick suchen. Keine Sorge. Das ging mal hin. Leider muss ich dir manchmal inzwischen quatschen. Und wir sollen neuen Wein holen. Ja, wir sollen neuen Wein holen. Das machen wir natürlich kein Problem. Wir sollen ja nicht sagen, dass wir kein Knappe mehr sind. Ich helfe dir auch. Und du bist... Ich bin kein Knappe mehr im Gegensatz zu dir. Naja... Wir sollen es ihm ja nicht sagen. Deswegen bleiben wir mal bei uns. Ja, sorry, das macht aber eine Knappe. Also er beschwert sich gerade von wegen, ja, ähm... dass er halt Wein holen soll, die Rüstung in Ordnung halten soll oder halt auch die Stiefel reinigen. Aber sorry, das macht ein Squire. Es könnte schlechter sein. Sagst du. Wir sind nicht unterschiedlich. Ja, wir sind der Sohn eines Schweinehirten oder eines Schweinezüchters. Aber nur noch zehn Minuten. Scheiße. Ähm... Und man hat schon gesehen, das Spiel speichert automatisch. Wir können nicht selber speichern. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall noch bis zum nächsten Speicherstand. Ähm... Wir sind der Sohn eines Schweinefarmers, äh... Züchters. Deswegen guckt der andere knapp auf uns. Der Bauern ein bisschen herab. Hat ja auch gemeint von wegen, ja, ich bin schon länger knappe als du. Ich, äh... Ich kann dir befehlen, was ich von ihm ziemlich asozial finde, muss ich sagen. Ja. Hm-hm. All I'm saying is, at this rate will never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. Nein, mein Lieber. The lowest of the low wäre Bettler oder Tod. Knappe ist relativ hoch posten... postenmäßig. For all I know, we could be Squires for life. All in wine around a fucking wedding. You will get there. Give it time. You'll get there. It's easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan at House Forrester, I'd feel different. Das ist der zweite Grund, warum er uns nicht... Also er mag uns schon, aber warum er ein bisschen uns neidisch ist, weil unser Onkel, ähm... der Castellan von House Forrester ist, also der Verwalter, und er dann denkt, wir hätten Vorteile. Ähm... Ich hätte ihm jetzt auch gerade sagen können, ja, wir haben halt die... Wir sind kein Knappe mehr, aber wir sollen diese von uns behalten, deswegen. My uncle is. It has nothing to do with it. How much further? Well, that's right over there. Die Twins. Stronghold of House Forrester Red Wedding. Leute, die... Oh, jetzt gehe ich so oft in Pause. Sorry, ich versuche es wirklich ab der nächsten Folge spätestens einzugrenzen. Leute, die jetzt die Serie kennen, wissen, was passieren wird. Wir sind bei der Red Wedding, bei der Roten Hochzeit. Das bedeutet, da könnte ich jetzt... Obwohl ich spoiler nicht. Ich spoiler nicht. Leute, die Serie kennen, wissen, was passieren wird. Die anderen werden es mitkriegen. Es ist... Wie gesagt, der Feldzug geht da ja nicht mehr lange. Da ist zum Beispiel ein Frey. Und der ist ziemlich unhöflich. Und die anderen haben alle Waffen. Alle. Sämtliche haben Waffen. Auch Armbrüste. Wir haben gerade viel größere Probleme als den Wein. Wir haben gerade viel größere Probleme als den Wein. Und wir hören den Reign of Customir. Wir hören gerade den Reign von Customir. Das ist ein Lied, das so heißt. Ja, wie gesagt, Leute, die die Serie kennen, wissen, was passieren wird. Oder was passiert ist. Ich sage es jetzt, weil man es sich vielleicht schon denken kann. Die Freys sind Verräter. Und sie haben alle Starks getötet. Inklusive dem König. Und sie werden auch uns versuchen zu töten. Wir müssen jetzt weggehen. Jetzt. Es ist überhaupt nichts zu fallen. Wir müssen gehen. Wir haben alle Waffen, Junge. Schau dich um. Wir werden uns angreifen. Verzieh dich, Bowen. Ja, jetzt haben wir die erste Entscheidung. Wir könnten jetzt Bowen retten oder Lord Forrester warnen. Sie haben die Schwerter gezogen. Sie werden versuchen, uns zu töten. Ich rette Bowen. Glaube ich. Was auch interessant wäre, wären immer eure Kommentare zu meinen Entscheidungen. Ich glaube, ich rette Bowen, weil Bowen hat es einfach nicht kapiert, was gerade die Situation ist. Und Bowen ist halt ein Knapper wie wir. Auch wenn wir jetzt kein Knapper mehr sind. Ja, wir retten ihn. Los. Wir werden uns alle töten. Lauf, Junge. Und hier geht jetzt das Gemetzel los. Wir wissen es aus der Serie. Und die anderen wissen es jetzt. Wenn wir zum Kämpfer kommen, heißt das. Nix da. Genau, kämpfen mit jemand anderem. Lassen Sie sich in Ruhe. Die schlachten alle ab hier. Das sind solche Bastarde. Das ist Roderick übrigens. Das Schwer und Schild. Ein sehr guter Kämpfer. Sieht man schon. No, er versucht uns zu töten. Wir müssen das Schild erreichen. Click and hold. Komm schon, nimm das Schild, Garret. Puh. Der Kerl hat ein Kopfschluss abgekriegt. Wir müssen weg hier. Sofort. Lauf, Garret. Lauf in dein Leben. Wir töten nämlich alle hier. Ja, Feigling. Fall das doch nicht auf uns. Hau ab. So, Schildstoß. Danke für die Hilfe. Der wollte uns nicht gerade töten. Lauf, Garret. Wir sind aber noch nicht in Sicherheit. Da haben wir einen Karren, der explodieren könnte. Na, jetzt habe ich gerade verpatzt. Okay, jetzt sind wir gerade unter den Karren. Wir sollen vorwärts kriechen. Komm schon, Garret. Komm schon, komm schon, komm schon. Beweg dich. Fuck. Der Karren stirbt zusammen. Oh, gerade noch rausgekommen. Aber wir mussten ein Schild aufgeben. Und da war jetzt ein Safe-Punkt. Man hat oben einen Safe-Punkt gesehen. Wir haben aber noch fünf Minuten. Das heißt, zum nächsten Safe machen wir noch. Und wir sehen hier wieder Roderick. Wir müssen ihm aber helfen. Der ist in unserer Zahl hier. Und natürlich ausweichen. Nein. Du wirkst mich nicht. Geh bloß weg, Junge. Dass die hier alle umbringen. Das ist so krass. Okay, hier kommen Pferde. Vielleicht. Nein, lass uns los. Bitte überritten. Mal wegtreten. Ja, er wurde bei Rücken. Sehr schön. Wir müssen weiterlaufen. Nein, Roderick wurde verletzt. Weil er nach uns geguckt hat. Und da wurde er unter einem Pferd begraben. Scheiße, verdammte. Ein guter Kämpfer. Ein guter Kämpfer, der Roderick. Ein guter Mann. Und jetzt vielleicht tot. Aber wir müssen weg, sonst werden wir auch sterben. Wir haben keine Wahl. Da ist Lord Forrester. Und man sieht schon, der ist ein ordentlicher Kämpfer. Am Bauern hat ihm das Leben gerettet. Das ist sehr nett von ihm. Gefunden haben wir Roderick, aber... Naja... Können wir sagen. Ich versuche, ihn zu retten. Sprich auf, Garrod. Ich versuchte, ihn zu retten. Aber es war nichts, was ich tun konnte. Natürlich trauert er. Man sieht sehr gut die Emotionen auf dem Gesicht. Find dein Weck, schnell! Da kommt die nächsten Freys. Das ist nicht schön. Okay, hier ist ein Schwert. Nehmen wir gleich mal. Wenn wir können... Nimm das Schwert, Garrod. Lord Forrester zumal verteidigt. Fuck! Weil diese Penner mit ihren... Ja, Verräter trifft's gut. Diese Penner mit ihren scheiß Armbrüsten. Wir können uns noch nicht zurückziehen. Weil wir müssen. Deine Männer entdecken uns den Rückzug. Aber unser Lord sieht nicht gesund aus. Absolut nicht. Unser Lord sieht absolut nicht gesund aus. Du bist verletzt. Wir müssen weg hier. Ah, scheiße. Er wurde vorhin in dieser Decke getroffen. Okay, jetzt sagt er gerade, wir sollen sein Schwert beschützen. Iron Rath ist die Festung der... Der Forrester's. Und wir nehmen es. Wir können nicht. Er ist wahrscheinlich verloren und er will, dass wir es nehmen. Ich will nicht gehen. Aber ich glaube, wir müssen gehen. Also er meint, er hat uns gerade den Gefühl gegeben, dass wir gehen sollen. Walder Frey, der Anführer der Freys, sucht uns natürlich. Das ist für jeden Einzelnen. Wir wollen alle killen. Mann, ich will aber meinen Herrn nicht zurücklassen. Also ich will Lord Forrester nicht zurücklassen. Das ist nämlich ein verdammt cooler Char. Aber er hat's befohlen. Ich werde tun, was ihr befehlt. Ah, he noticed your silence. Da war jetzt zum Beispiel die Zeit zu knapp. Genau deswegen gehe ich immer in die Pause beantworten, weil ihr seht schon, die Zeit ist immer sehr, sehr knapp begrenzt. Wir müssen auch gleich aufhören. Okay, laufen wir. Tell your uncle. Tell him. The North Grove must never be lost. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle. Okay, wir sollen uns dem Onkel eine Botschaft mitteilen, dass der North Grove will never be lost. Das heißt, er wird einen Fallen. Nur ihm und keinem anderen. Und ich werde schwören. Ich schwöre, dass ich es tue. Und da hatten wir einen Speicherpunkt. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Genau. Dann hören wir jetzt hier auf. Wir gehen ins Main-Menü zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge. Ich weiß schon, die Pause war sehr, sehr oft. Die Pause war sehr, sehr lang wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich versuche einfach, möglichst Gutes für Leute zu machen, die kein Englisch können. Das wird wohl sich nicht vermeiden lassen. Ich werde es versuchen im Rahmen zu halten. Ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl. Mal schauen. Und ich hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute, wie gesagt, noch dreimal, wenn ihr dazu Lust habt. Und ansonsten bei Game of Thrones, ob dann Garreton kommt oder nicht, oder ob Lord Forrester überlebt oder nicht, was gerade nicht so aussah, werden wir dann beim nächsten Part morgen erfahren. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.